kann man direkt vielleicht ja das zeige ich jetzt gleich mal drauf werfen hat sich selber noch nie gemacht und Kumpel von mir der hat sich Prozent zwei Schiller gekauft 5 Euro Drachen-Gott-Schiller heißt es das ist für das ist Level 81 stark gegen Schammi 7 Prozent glaube ich auf Plus Null bekommt man das mal die 5 Euro dafür aus und jetzt kommt es Leute jetzt kommt man traut die nächste zwei auch aber kann dafür echtes Geld ausgeben ja bis ab zu besuchen hat es auch sagt dass man zu viel Level muss damit man die schönen Sachen haben und sie ist die Rede im Shop das sind ja hier Punkt D 2 vorrufen da will ich jetzt aber nicht hier nicht dachte dann auf den Sieg die im Shop ist es auf den Live-Serum Nörthus-König genauso hier nicht aber ihr habt ja Prozent der Linken sehen wenn da mal nachgucken wollt was für eine Abzucke die hier haben die Züge ich werde auf geht auf keinen Fall Geld ausgeben wichtig ist Spielsmitglied Spiel zur Zeit ich habe diese Freude Minecraft zu spielen und wir sagen das Spiel hat was auf und nacht ich mal brauche scheiß Grafik alles vierkig nur bauen das ist ein Tatmann das ist scheiße ich sage ich bin ich alles ab ich bin eigenes Pärum aufbauen okay du bist alleine aber das ist wirklich alles das sind schon mal geil und ich hätte es aber auf keinen Fall letztendlich für solche Spiele wie Minecraft und man selber was aufbauen kann wie in die Sims und so viel zu lange brauche für etwas da ich das hundertmal ändere dann wieder dann wieder auf vor und blablabla stoppen eine halbe Stunde oder so ein Haus zu bauen oder eine kleine das hat es ist nicht übel zuletzt es ist nicht übel zuletzt so wie es zu lösen die Uhr bis 80 oder 90 wird es gehen bis zum BVP und das ist das damit das Projekt auch wieder ab gelb ab also abgeschlossen also abgebrochen so geht es mal nicht durchspielen das ist ja zu den Konsolen es ist ja auch nur Nebenprojekte da ich generell nicht so gerne ab und zu Bock drauf haben und das nicht der Gesinke ist nur zwei Parts glaube ich nicht dass sich das sehr sehr lange in der Sicht ist es kein Fall auf Levelmarkt spielen Prozent das ist hier und auf diesen Service Level 123 ja ja ziemlich hoch man levelt ja auch schneller als wie ich den Live-Server ich glaube ich den Live-Server das ist das Max-Level 99 oder 100 keine Ahnung ich habe schon sehr 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 lange nicht auf den Live-Server gespielt weil ich ja zu oft gehackt wurde und mein Kumpel auch so richtig gefahren das Spiel aber schlecht ist es nicht wirklich das PvP System ist Echtgeil gemacht das muss man schon sagen auch wenn es manchmal sich in Lops gibt hier sieht man das automatisch angreifen ja nämlich mal Auto Bobs denn Prozent wenn man das am 8 und dann Duell um da muss man nur links geht auf diesen Gegner machen und da kriegt der Haut automatisch drauf auf den man muss nur die Fertigkeit machen das Problem dabei ist ja für den der Prozent kein Auto anhat er kann sich dann nicht mehr bewegen der fliegt einfach nur rum ich glaube dass sie sind Park oder sowas und man fliegt einfach nur man kann gar nichts mehr machen es ist einfach umführen sie scheiße gelauert also wir sind jetzt Level 3 hoch hoch und die wurde ich die besagten dass ich machen aber zu viel gelauert jetzt hier Level 43 3 wieder mal nicht auf die Zeit guckt ich weiß so ich war kein schnitt bitte gleich so leute wir sind direkt wieder da mit mit den zwei das Geister im oder welten Spaß aber egal ich habe ich habe ja gar keine Pause gemacht direkt weiter ich habe auf diesmal viel Zeit gekauft es ist ja auch mit Viertel 11 nachts natürlich also ich werde noch bisschen werde ich noch aufnehmen hat er heute ziemlich viel Bock da ich weil ich habe ja heute noch in meinem Kopf gespielt und die Spielzeuge fünf sechs Stunden mit dem Zeit wenn wir auch wie das geht so was sind hier ja auch und jedes Wort nicht immer hoch hoch Prozent so hoffen Sprit des Meistern Papi ist nicht wahr so was in der Fall oh, kann man laufen wenn wir auf den Sack gehen so jetzt aber komm, komm, komm und Arschloch aber egal, wir skillen direkt weiter auf was killen wir jetzt was killen wir jetzt was killen wir ah, ich glaub, verzauberte Rüstung ist gut fürs Leveln und für PvP so Suche SSP Plus 9 Schwarzschallblatt, glaub ich, das ist die letzte Rüstung des Krieges weil, ich hab keine SSP Plus ich hab selbst mein Krieger SSP Plus 6, ja, weil die Pern so teuer sind ich weiß es, noobmäßig so, wir haben 133 Millionen das ist ja schon mal was Schönes fettes und da wir Level 340 sind, gehen wir direkt mal zum Rüstungshändler Sura wir nehmen uns die 42-er Rüstung Plus 9 yeah mh, da cap, da, spät so, dann, äh, gehen wir auf Zubehör 1 Macken sich den Bootkern kaufen, na, ich finde nicht plus 5 mal, ah, plus 9 macht, es ist mir ein bisschen zu stressig und viel zu teuer, da man Appel, Appel 7, auch bei diesen Helm, glaub ich, muss man dann, äh, weisse Perle zahlen, ja Rundschild auf jeden Fall das kostet null, das kostet null jahren das ist ja was Schönes jeder Schuhe, lassen wir mal ich hoffe, ich droppe Goldschuhe gibt es ja nämlich nicht zu kaufen, so ja, mein Herz, das Spam okay Baffe, behalten wir die müssen wir sowieso noch jetzt pimpen okay da ich hier schon oh, hier gibt es auch was zu skillen ba 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 jetzt hier rüber was haben wir jetzt, genau gleichmäßig, yeah so, da ich ja jetzt 128 Millionen habe und genug Geld für Pimpen und das bei mir locker eine Stunde dauern wird wobei es so lange auch wieder nicht okay, ich nehme jetzt gerade erst drei Minuten auf blöd, blöd, blöd was mal jetzt so ich einen Schnitt machen hm, man muss jetzt echt gesagt, selber nicht what the ff diese habe ich jetzt bei Ihnen ja am Ploppenpanzer hab ich mir den etwa gekauft da legen wir mal die Rüstung an, wie sie in der EU so, na gut, ich zeige, dass man noch schnell wie ich die, wie ich den Fingerschlag auf Meistermacher da man hier einfach nicht so schlimm ja ja, natürlich, aber zurück ist ist nicht rückgängig, ja auch hier, hier steht sie schon ihr seht, es wird jetzt Meister werden yeah es heißt brennender Fingerschlag, so Leute ich mache hier einen Schnitt, weil ich viel zu lange fürs Pimpen brauche ja, fünf Minuten ungefähr, glaube ich, nehme ich gerade auf oder vier Minuten, keine Ahnung so, ich mache einen Schnitt bis ja, bis bald sage ich mal Ciao